Erstmal sind wir natürlich sehr glücklich, dass der Weg mit Mats hier bei uns weitergeht und Mats hat jetzt nicht nur in den letzten Wochen eine wichtige sportliche Rolle gehabt, sondern die ganze Saison. Das fing im Juli an, er ist so fit hier in den Trainingsstart gekommen, wie ich ihn so vorher noch nie erlebt habe. Er hat einen sehr hohen Anteil an der sportlichen Entwicklung im Laufe dieser Saison und wir sind sehr froh, dass wir Mats bei uns haben. Nicht nur in dieser Woche, sondern in allen Wochen zuvor ist Mats dadurch, dass er nicht nur durch sein Alter schon einiges erlebt hat, sondern natürlich auch durch seine Erfolge hier und besonders in München und in der Nationalmannschaft. Ja, wir könnten eine ganze Pressekonferenz mit Sebastian Haller füllen, weil das weiterhin die tollste Geschichte bleibt, die wir diese Saison erlebt haben. Wir sind unglaublich stolz, dass Sepp endlich wieder regelmäßig mit uns auf dem Platz steht. Das ist alles nicht selbstverständlich, das wissen wir, das nehmen wir auch niemals in Anspruch, das selbstverständlich zu sehen. Sondern das war auch extrem viel Wille, extrem viel Fleiß, extrem viel positive Energie, die ihn jetzt in die Situation zurückgebracht hat. Es war kein leichtes Jahr für ihn, es war kein leichtes Jahr für uns und wir sind da gemeinsam durchgegangen. Und wenn man dann einfach sieht, welchen Einfluss er jetzt aktuell hat und damit meine ich jetzt nicht nur, dass er auf der Anzeigetafel steht als Torschütze, sondern wie er unser Offensivspiel einfach besser gemacht hat. Deshalb sind wir sehr froh, dass er in den letzten Wochen so für uns performen konnte und so gute Leistungen zeigen konnte. Und auch er ist noch nicht fertig und wir hoffen, dass das, was er dann gezeigt hat, wo er im Kopf gezeigt hat, dass er sich das aufgespart hat, weil er mit dem Kopf treffen will am Samstag. Da würden wir ihn dabei gerne unterstützen und wir wissen einfach, dass wir uns auf ihn verlassen können und er hat gezeigt, dass er unser Held der Saison werden kann.